Hi und herzlich willkommen heute mal zu, was mich an der Schulmedizin gelegentlich abfuckt. Denn da gibt es Sachen. Der geneigte Zuschauer unter euch weiß, dass ich Probleme habe, Pharmakologie zu lernen. Weil mich Pharmakologie absolut nicht interessiert, weil ich für 80 bis 90 Prozent der Medikamente eine Lifestyle-Interventionsalternative kenne, die völlig frei von Nebenwirkungen ist, die nichts durcheinander bringt, bei der es keine Interaktion mit anderen Medikamenten gibt und all so ein Scheiß. Dennoch ist mir klar, warum die Schulmedizin Medikamente verwendet. Und in vielen Fällen finde ich es auch gut. Denn wir brauchen für einen akuten Notfall, wenn jemand kurz vorm Sterben ist oder jemand gravierende Schmerzen hat, ist es eine gute Sache, wenn wir Medikamente haben, um hier die Symptome zu bekämpfen. In anderen Fällen werden Symptome bekämpft, weil Symptome dafür sorgen, dass man früher stirbt. Und das Hauptziel von Medikamenten, wenn es jetzt nicht gerade eine Akuttherapie ist, wie Schmerzen beseitigen oder jemanden beruhigen oder jemanden durch eine schlimme Situation bringen oder jemanden operieren, verschreibt die Schulmedizin trotz der Nebenwirkungen die Medikamente meistens, weil sie in klinischen Studien gezeigt haben, dass sich die Lebenszeit des Menschen durch diese Medikamente verlängert. Und dadurch nimmt man dann die Nebenwirkungen in Kauf. Und das ist, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das gerafft habe, was das überhaupt soll mit Medikamente verschreiben, überhaupt. Und viele Leute in der alternativen Gesundheitsszene sagen im Moment, dass die Ärzteschaft die Patienten nur abhängig machen will von diesen Medikamenten, dass sie dauernd Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber irgendwie steckt eine gute Idee dahinter, denn der Mensch soll länger leben. Aber dann frage ich mich immer wieder, warum nicht die Lifestyle-Intervention? Warum nicht den Lebensstil verändert? Was ist hier los? Und bei manchen Medikamenten ist es dann sogar so, und dann reg ich mich maßlos auf, dass die nicht nur Nebenwirkungen haben, sondern dass die Nebenwirkungen die Ursache der Krankheit verschlimmern. Und ich will das mal darlegen am Beispiel der Thiazid-Diuretiker. Das ist eine Form von Blutdrucksenkern, die verschrieben wird bei Leuten, die Bluthochdruck haben und die eine Herzinsuffizienz haben. Und die Herzinsuffizienz kommt im Allgemeinen auch von zu hohem Blutdruck und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Plax-Ablagerungen. Und der Weg, auf dem Thiazid-Diuretiker wirken, ist, dass man mehr Wasser ausscheidet, damit auch weniger Wasser in seinen Gefäßen hat, damit einen geringeren Blutdruck hat. Und ich habe jetzt dieses Mal beim Pharma-Lernen, weil ich dachte, okay, ich kann mir das ja nicht merken, weil ich da kein Interesse dran habe, also habe ich gedacht, ich drehe es mal um, sodass ich über die Nebenwirkungen, die ich so zum Kotzen finde, eine emotionale Reaktion in mir habe und mir das leichter merken kann. Und im Falle der Thiazid-Theoretiker gab es dann folgende Nebenwirkungen. Der LDL-Cholesterinspiegel steigt, wenn man ihn nimmt. Der Blutzuckerspiegel steigt, wenn man ihn nimmt. Und der Harnsäurespiegel, der schlussendlich dann zu Gicht führt, steigt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist völlig egal aus welchem Lager, aus dem Plant-Base- oder Paleo-Lager oder so, wenn wir davon ausgehen, dass sowohl hohe Zuckerspiegel als auch zu hohes LDL-Cholesterin dafür sorgen, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt und dafür sorgen, dass man Plagg bekommt und über diese Ablagerung der Plax die Gefäße steif werden, die Gefäße kein NO mehr produzieren kann, die Gefäße immer enger werden und der Druck steigt und der Zucker die Gefäße schädigt, sodass auch da die Gefäßwand wieder nicht richtig funktioniert und es zu Entzündungen kommt, dann ist, dann verschlimmernd die Nebenwirkung dieser Thiazid-Theoretiker die Ursache für die Entstehung des Bluthochdrucks und für die Entstehung der Plax und für die Entstehung der Herzinsuffizienz. Und so trage ich durch die Therapie mit Thiazid-Theoretikern immer noch weiter dazu bei, dass die Ursache für die Krankheit noch verstärkt wird. Und ich weiß nicht, wo da das Ende ist. Also abgesehen davon, dass dann natürlich der Blutdruck einerseits zwar sinkt, weil ich weniger Wasser im Körper habe, aber die Gefäße immer noch enger werden und der früher oder später auch wieder steigen wird und ich dann wieder irgendwas anderes machen muss, ist das keine gute Idee? Ist das irgendwie nicht einsehbar? Darüber hinaus, wenn natürlich der Blutzuckerspiegel steigt und wenn das LDL steigt und wenn die Harnsäure steigt, dann muss ich auch dagegen wieder umso mehr Medikamente nehmen, um das im normalen Bereich zu halten. Ich frage mich dann immer, wo geht das los? Also Thiazid-Theoretiker sind nicht unbedingt das erste Medikament, was man verschreibt bei Bluthochdruck, aber vielleicht schon das zweite oder dritte. Und dann kommt da ein ganzer Rattenschwanz an Medikamenten hinzu, um die Nebenwirkungen wieder zu beseitigen. Und dabei weiß man aus haufenweise Studien, wie effektiv man den Blutdruck senken kann durch Ernährungsumstellung. Dr. Goldheimer vom True North hat eine Studie gemacht über Wasserfasten und Blutdrucksenkung, was irgendwie naheliegend ist, aber halt auch kein Dauerzustand. Aber es gibt abgesehen davon halt auch die DASH-Ernährung. Das ist eine spezielle Ernährung, die man an den Tag legen soll, um seinen Blutdruck zu senken. Was eine ziemlich fettarme, ziemlich vollwertige, ziemlich pflanzenlastige Ernährung ist, die fettreduziert, aber immer noch Milchprodukte und auch Fleisch enthält. Was damit zusammenhängt, dass man sich gedacht hat, dass der Patient das ohne Milchprodukte und Fleisch sowieso nicht durchhält. Und ich frage mich immer, also es ist nicht so, im Lehrbuch steht überall, erst wenn Ernährungsumstellung und Umstellung auf Sport versagt hat, soll man anfangen Medikamente zu geben. Aber die Sache ist die, die Ernährung versagt nicht. Sie funktioniert immer. Ich habe ein Video von Dr. Greger schon mal, ich habe da schon mal drüber geblockt. Ich verlinke es euch auch nochmal unten drunter. Das handelt quasi von der Erfindung der DASH-Diet und wo das Ganze herkommt. Dass man Studien hatte, wo man festgestellt hat, dass der Verzicht auf tierische Produkte den Blutdruck radikal senken lässt. Studien darüber, dass man Vegetariern Fleisch gefüttert hat, gefüttert, zu essen gegeben hat und dann quasi zugucken konnte, wie deren Blutdruck stieg. Dass man Studien hat darüber, dass Milchprodukte den Blutdruck ansteigen lassen. Und das alles wusste der Erfinder, der DASH-Diet, ein Harvard-Professor und Arzt auch. Hat sich aber gedacht, okay, das können wir der Bevölkerung nicht so verkaufen, als vegan oder vegetarisch. Das machen die eh nicht. Und abgesehen davon, dass die meisten Patienten das A nicht machen, ist es B so, dass niemals diese Ernährung versagt. Also, oder fast nie. Es gibt mit Sicherheit einer in 1000 oder so, bei dem komischerweise doch irgendwas anderes los ist, warum man einen hohen Blutdruck hat, dem man natürlich auch auf den Grund gehen kann. Aber es versagt nicht die Ernährung. Es versagt entweder der Patient oder es versagt der Arzt. Der Patient in der Umsetzung, weil er, keine Ahnung, Gelüste hat, sein Belohnungssystem irgendwas anderes will, weil er nicht genug Motivation hat, weil ihm niemand, da sind wir beim Arzt, weil ihm niemand die Zusammenhänge erklärt hat, weil ihm niemand konkret aufgezeigt hat, was er wirklich machen muss, warum das so relevant ist, was genau daran relevant ist. Und ich finde es so schrecklich traurig, wenn dann in dem Moment gesagt wird, okay, die Ernährung hat versagt und hier nimm deine Medikamente und die Medikamente machen dann Nebenwirkungen. Und dann machst du, das wäre alles noch schlimmer. Ich verstehe das nicht. Ich habe da, ich finde das, ich verstehe nicht, warum Ärzte nicht verstehen, wo hier die Relevanz ist. So wie meine Hausärztin denken, mediterrane Ernährung sei eine Ernährung, die viel Weißbrot enthält, Rotwein enthält und Olivenhöhle enthält. Anstatt wirklich darauf zu fokussieren, es geht hier, es geht um Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte. Gerne vollwertig. Eigentlich ist die Dash Ernährung auch gar nicht mal so wahnsinnig weit entfernt von dem, was die DGE empfiehlt. Aber es macht einfach keiner. Es macht keiner, es weiß keiner, wie es geht. Ich habe gestern schon wieder mit Leuten hier in den Kommentaren gesprochen, die nicht in der Lage sind, Gemüse zu essen, weil denen schlecht wird beim Gemüseessen. Ich weiß nicht, ob die Ärzte mehr auf die Patienten einwirken müssen. Ich denke ja. Ich denke, dass es wirklich konkret gesagt wird, hör mal, du hast hier die Wahl. Zwischen, deine Krankheit wird schlimmer, du kriegst die und die Nebenwirkungen, du musst für immer, für den Rest deines Lebens, die und die Medikamente nehmen oder du hast hier die und die Alternative. Und die Alternative muss dann auch irgendwie schmackhaft gemacht werden. Deswegen interessiert mich die ganze psychologisch-psychiatrische Schiene, weil es irgendwie eher, wenn man Patienten heilen will, eher darum geht, dass man auf deren Psyche einwirkt, als dass man ihnen irgendwelche Pillen mit nach Hause gibt. Und das ist zu oft so. Ich finde es gut, hier zieht die Euretiker zu beschreiben, in dem Moment, wo der Patient halt wirklich mit einem Blutdruck von 190 zu 110 oder sowas dasteht, aber nur, um ihn, um das zu überbrücken, bis er es geschafft hat, seinen Lebensstil zu ändern. Aber nicht dauerhaft, nicht chronisch. Und Bluthochdruck ist eine chronische Erkrankung, weil die Patienten nichts ändern. und sie ändern nichts, weil keiner entsprechend auf sie einwirkt und weil keine Anreize in der Bevölkerung dafür gesetzt werden und weil es überall nur Scheiße zu essen gibt. Ungesunde Scheiße. Und das sind die Momente, wo ich den Respekt vor der Schulmedizin verliere und wo sie mich abfuckt. Wo ich denke, das kann doch jetzt, das kann doch bei all eurem Wissen, bei euren 1-0-Abituren und bei diesen unfassbaren Stoffmengen, die in diesem Studium gepaukt werden, das kann doch nicht sein, dass euch nichts Klügeres einfällt, als Medikamente zu verschreiben, die die Ursache verschlimmern, nur damit der Patient ein bisschen länger lebt. Und von der Lebensqualität will ich hier mal noch gar nicht sprechen. Weil es noch andere Nebenwirkungen gibt, abgesehen davon, dass man die Ursache verschlimmert. Da ist noch ganz viel Arbeit da draußen zu tun und das ist eine Vollkatastrophe. Und trotzdem gibt es dann immer noch Laien, die da draußen rumlaufen und einem erzählen, also nicht mir, aber einander erzählen, einander erzählen, dass es toll wäre und gesund wäre, Fett zu essen und dass Cholesterin kein Problem ist. Ich habe mir, bevor ich Medizin studiert habe, nie angemaßt, so klug zu sein, wie Ärzte sind oder wie Leute, die Medizin studiert haben. Ich habe immer, wenn ich irgendwo eine Behauptung aufgestellt habe, immer den Konjunktiv verwendet und gesagt, der und der sagt, das sei so und so. Aber die Laien da draußen, die laufen rum und behaupten, das seien Fakten und posten Studien dazu, die sie nicht verstehen, weil sie kein Hintergrundwissen haben, weil sie nicht wissen, wie wissenschaftliche Arbeiten aufgebaut sind, wie Statistik funktioniert und hetzen und die haben auch ein paar Abonnenten oder so was. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt so durcheinander hier gequatscht habe, das sind einfach Sachen, die mich dann emotional einbinden und ich habe einfach das Gefühl, ich komme nicht durch, ich komme nicht voran. Ich komme weder in den Medizinerbereich komme ich voran, noch hier bei den Laien YouTubern, weil weil die banalsten Dinge irgendwie nicht gesehen werden und ich nicht verstehe, warum man die nicht sehen kann, außer dass ich mir das dann doch so wieder erkläre, dass das Belohnungssystem schuld daran ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Trotzdem, dass ihr euch mein Blablabla hier angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keinster Video verpassen wollt, abonniert mich. Ich sage tschau, bis morgen. Eure Secke.